Ist eh egal. Zwei sind auch nicht schlecht. Ich hab mir jetzt den Hammer geholt. Der ist ganz sweet eigentlich. Ich hab noch diesen Moorsatzhammer, aber irgendwie sieht der so komisch aus. Ich weiß nicht. So let's see what they are playing, probably some necro shit. I told you, we need to take P and H. Well we have a Paragon, it should be fine. You want me to take the flag? Just drop it here. Yeah. They are having a necro, so they will probably play something like that. Probably ranging like our alley, it's my favorite though. Ranging like our Mez. Yeah of course. Oh they actually have real people. Seven guys here I think. Pick a double running on the front line. Okay, okay, ich bin ready. Shudder. Shuddering. Shuddering. Yeah, Praud was pretty easy. RFC daverted. RFC daverted. RFC daverted. RFC daverted. RFC daverted. Oh nevermind. The mess. Where is he? He he he, he he he. Hold those brots. Dervish is not doing anything. Ich kann E Ich kann E Ich kann die Flagge Nein. In 3, 2, 1. Hey, this prot is not casting Guardian or something like that. But he's casting balance stance. In 3, 2, 1. Shattering. Stripping. You can get Tequila. He's over here. This one. Search here. He's low energy. Time kill in 3, 2, 1. Block the gate. You got blocked. In 3, 2, 1. The warrior is packing. It's not the side. Okay, back to that. Hello, get a fuse. In 3, 2, 1. In 3, 2, 1. No, never mind. In 3, 2, 1. I don't know. In 3, 2, 1. In 3, 2, 1. In 3, 2, 1. Der Warrior ist packen wieder. Das ist fine. Alright, das ist ein Dota. Ich werde nicht mehr tun. Ich bin ein Necro. 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 Ja, ich bin ein Necro. Wir können uns den Spiel machen. Ich habe Angst. Räni sagt, du bist. Ja. Du hast meine Hilfe. Komm zurück. Räni hat 20 Gold Capes. 20 Gold Capes. Und er spricht 20 languages. Damn, er ist wie Melania Trump. Kill der Derbisch. Nick mit der 1v3. Damn, Sam. Wir können den Katapulten benutzen. Wir können den Katapulten benutzen. Wenn Sie eine K hatred DC-17 haben. Einander. Nein, ich weiß nicht, oder? Okay. Ich weiß nicht, oder? Vielen Dank.